In diesem Video zeige ich Ihnen, wie die Gebärde des Os davon profitiert, wenn Sie die Oberschenkel und dann auch die Füße mit in die Bildung der Gebärde mit einbeziehen und die Tierkreisbeziehungen des Körpers zur Wirkung kommen lassen. Sie können entweder das O direkt als Form führen und die Finger zusammenführen und schauen, dass es schön rund wird und mit Kraft und Fülle erfüllt ist. Sie können es, wie es in dem Video die Grundgebärde des Os gezeigt ist, auch in zwei Stufen machen, dass Sie es erst strömend vom Herz aus die Hände nach außen führen, sich dann mit den Herzkräften, mit dem Umkreis verbinden, der dann die Hände strahlend zusammenbringt. Sie können es, wie ich das nenne, magnetisch machen, dass Sie das O in der Fantasie im Körper empfinden, schon in der Horizontalen vor sich haben und die Arme fliegen einfach hinein, ohne dass Sie was dafür extra tun müssen. Oder Sie bilden das O mit den Flügeln und lassen das O seitlich von Schulterblättern getragen nach vorne kommen und wie eine Aura-Hülle sich um sich schließen. Stellen Sie sich entspannt hin und spüren Sie Ihre Füße. Wandern Sie mit dem Körpergefühl den Fußsohlen entlang, nach hinten bis zur Ferse und dann wieder in den Fußsohlen nach vorne bis zur Zeh. Spüren Sie mal die Außenkanten der Füße und mal die Innenkanten, wie Sie den Boden berühren. Jetzt gehen Sie leicht in die Knie, berühren vielleicht mal kurz den Oberschenkel, dass Sie ihn gut spüren und dann versuchen Sie sich so aufzurichten, dass Sie mit dem Bewusstsein im Oberschenkel bleiben und dort in der Tätigkeit des Aufrichtens. Sie werden sehen, das geht ganz einfach, fast von allein. Man richtet sich auf, auf dem Oberschenkel und am Schluss spürt man plötzlich Wachheit in den Füßen. Sind Sie wirklich mit dem Bewusstsein vom Oberschenkel durch die Knie und Waden nach unten in die Füße gewandert? Oder gibt es vielleicht noch einen anderen Weg? Denn Sie werden ja selten die Waden nach hinten drücken, um sich aufzurichten oder die Füße zusammenziehen, um sich aufzurichten. Und bei den Knien wüsste ich jetzt selber nicht, wie man die Knie aktiv einsetzen sollte, um sich aufzurichten. Wenn Sie bemerken, dass quasi wie eine direkte Verbindung zwischen den Oberschenkeln und den Füßen besteht, die nicht durch die Beine nach unten geht, dann sind Sie einer Sache begegnet, die man, wenn man sich mit dem Tierkreis beschäftigt, daher kennt, dass man sagt, der Oberschenkel ist dem Schützen zugeordnet, die Füße sind den Fischen zugeordnet und Jupiter, der Planet, ist beiden als sogenannter Herrscher zugeordnet. Über den Jupiter sind diese beiden Kraftsysteme miteinander verbunden. Bei mir ist es so, dass ich mich in den Oberschenkeln betätige und am Schluss in den Füßen aufwache. Jetzt möchte ich mit Ihnen das O auf drei verschiedene Arten bilden. Einmal direkt aus der Mitte, einmal mit Hilfe der Kräfte des Oberschenkels und einmal, indem wir auch die Füße mit einbeziehen. Machen Sie es vor allem, indem Sie sich auf diesen Bereich konzentrieren, den Bereich, in dem das O auch zu Hause ist. Ich wähle jetzt die Variante, wo ich die Bildung aus dem Herzen herausführe. Machen Sie jetzt wieder dieselbe O-Gebärde, aber so, dass Sie vorher leicht in die Knie gehen, die Oberschenkel spüren und während Sie das O-Bilden langsam aus den Oberschenkeln aufrichten. Machen Sie sich die Beziehung, die zwischen den Oberschenkeln und den Armen besteht, zunutze, so dass Sie die Oberschenkel so aktivieren, dass die Arme davon getragen werden und ganz leicht nach vorne geführt werden. Wahrscheinlich werden Sie merken, dass Ihre Mitte dadurch auch noch freier ist als vorher und Sie noch präsenter nach draußen schauen, als da, wo Sie es direkt aus dem Herzen gebildet haben. Jetzt bilden wir das O noch einmal, wieder wie vorhin mit Hilfe der Tätigkeit der Oberschenkel. Aber jetzt gehen wir währenddessen auch hinunter in die Füße. Wachen dort auf und spüren doch die Füße noch hinunter in die Erde. Wachen dort auf und spüren doch die Füße noch hinunter in die Erde. Für mich hat sich die Qualität des O und wie ich selbst mich darin spüre, vollständig verändert. Und für Sie? Wachen dort auf und spüren doch die Füße noch hinunter. Untertitelung des ZDF, 2020